Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Ich möchte euch heute mal wieder eine Uhr von Cadizan vorstellen. In diesem Fall ist es die Cadizan C8197G. Das ist eine Hommage an die Longines Conquest. Ja, die Uhr gibt es jetzt inzwischen schon seit einiger Zeit auf dem Markt. Ich habe sie schon das ein oder andere Mal bei meiner üblichen AliExpress-Recherche gefunden. Habe sie bisher noch nicht geordert. Dieses Exemplar wurde mir von einem netten Zuschauer zur Verfügung gestellt, so dass ich die Uhr hier auch einmal vorstellen kann. Ja, das Besondere, kann ich schon mal sagen, sind auf jeden Fall die Abmessungen. Wir haben hier eine Uhr mit einem 39er Gehäusedurchmesser, also 39 mm, was ja meiner Meinung nach echt ziemlich optimal ist. Also ja, quasi so ein Sweet Spot. Deswegen auf jeden Fall eine durchaus interessante Uhr. Ja, wir wollen uns das Teil hier direkt einmal anschauen. Hier haben wir die typische Cadizan-Kartonverpackung. Können wir hier aufmachen. Dann haben wir schon das obligatorische Poliertuch. Eine kleine Anleitung bzw. ein Garantiezertifikat. Hier unten mit den Cadizan-typischen Wasserangaben. Hier haben wir dann die Bedienungsanleitung. Und unter dem Schaumstoff-Tray haben wir dann die Uhr an sich. Ja, ihr könnt es schon sehen. Die Besonderheit an diesem Exemplar ist die Farbe. Es gibt die Uhr ja in verschiedenen Farbvariationen. In den meisten Fällen wird man die Variante in Silber, dann mit weißem, blauem oder anthrazitfarbenem Ziffernblatt sehen. Hier haben wir allerdings die komplett schwarze Variante. Das ist auf alle Fälle mal was anderes. Die Uhr ist hier also im PVD-Verfahren komplett mit einem schwarzen PVD-Coating versehen worden. Und passend dazu, was optisch echt ganz cool daherkommt, ist das Ziffernblatt in Carbon-Optik. Ist natürlich jetzt kein Echt-Carbon, so wie wir es letztens bei der Phoebus hier auf dem Kanal hatten, sondern lediglich eine Carbon-Optik. Sieht aber nicht schlecht aus. Und passend zu diesem, ja, sportlichen Stil haben wir dann hier auch noch einige rote Akzente. Also das fügt sich insgesamt alles sehr stimmig ins Gesamtbild ein. Also insgesamt eine sehr sportliche Uhr. Das ist ganz interessant, was dann hier die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten am Erscheinungsbild ändern. Denn ich denke, die Edelstahl-Variante mit dem anthrazitfarbenen Ziffernblatt zum Beispiel ist dann eher eine elegante Uhr, gerade wenn man sie dann optionalerweise noch am Lederarmband trägt. Ja, so viel dazu. Dann schauen wir uns direkt einmal die allgemeinen Gehäuseabmessungen an. Bevor wir das machen, räume ich aber erst mal das ganze Zubehör zur Seite. Ja, Gehäuseabmessungen. Wie ich es eben schon eingangs erwähnt habe, haben wir hier einen Gehäusedurchmesser von 39 mm, also echt eine schöne Größe. Ein Hornabstand von 46 bis 47 mm, also auch völlig im Rahmen. Und was auf jeden Fall lobenswert zu erwähnen ist, ist, dass man hier den Bandanstoß so gewählt hat, dass er quasi hier ein weibliches Ende hat und sofort nach unten geht. Also wird hier der Hornabstand nicht durch das Armband verlängert, was auf jeden Fall auch eine positive Sache ist. Die Höhe bemisst sich auf 11 mm, was für so eine günstige Automatikuhr auf alle Fälle vollkommen im Rahmen ist. Also insgesamt echt sehr angenehme Gehäuseabmessung und das Band misst am Anstoß 20 mm, sodass es bei dieser Uhr auch gar kein Problem ist, ein alternatives Band, wie beispielsweise ein Lederband oder vielleicht bei dieser sportlicheren Variante in schwarz, ein Kautschukband zu montieren. Das Band verjüngt sich dann auf bis zu 18 mm unten an der Schließe, also so eine kleine Verjüngung hat man da mit drin. Die Schließe, wo wir gerade dabei sind, macht einen wertigen Eindruck, fühlt sich ziemlich massiv an, relativ dick hier das Ganze. Auch der Mechanismus ist nicht zu dünn gewählt, auch hier komplett schwarz designt. Einziger Nachteil, will ich direkt einmal erwähnen, bevor ich es nachher vergesse, wir haben hier keine Micro-Adjustments. Das finde ich ein bisschen schade, bei einer Butterfly-Schließe, wie zum Beispiel mit dieser Uhr hier der Fall, ist das ja klar, da lässt sich das ja schwierig irgendwie designen. Aber ich sage mal, bei so einer ganz normalen Klappschließe ist es echt ein bisschen schade, dass man da nicht noch ein paar Micro-Adjustments montiert hat. Ich meine, mir passt sie jetzt so am Handgelenk ganz gut, aber das wäre auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Preislich bewegt sich die Uhr aktuell auf AliExpress bei 80 bis 90 Euro, je nach Marktlage, je nach Wechselkurs. Und da gibt es auch durchaus unterschiedliche Angebote. Bei den Uhren für 80 Euro ist dann meistens nur die Uhr mit Umverpackung dabei und bei den Angeboten für 90 Euro ist dann teilweise auch ein Lederarmband dabei. Wobei man natürlich sagen muss, das kennen wir ja jetzt aus der Vergangenheit schon, dass diese günstigen AliExpress-Lederarmbänder meistens, ja, so ein bisschen zäh und steif sind. Also das lohnt sich wahrscheinlich nicht unbedingt. Wobei, wie gesagt, gerade in den etwas eleganteren Farbvariationen kann ich mir die Uhr am Lederarmband durchaus gut vorstellen. Ja, aber Preis-Leistung passt auf jeden Fall, denn wir haben hier eine durchaus ordentliche Ausstattung. Wir sehen schon, dass wir hier ein Automatikwerk verbaut haben. Caddison verbaut ja sehr gerne Miota-Werke. Und so haben wir auch hier wieder ein Miota der 8000er-Serie verbaut. Also so das Einstiegswerk, das 82-15. Hier auf dem Rotor steht es nochmal drauf. Den Rotor, den finde ich jetzt irgendwie nicht so schön verziert. Mal schauen, ich versuche mal, dass ihr das Ganze auch mal irgendwie so ein bisschen zumindest erkennen könnt. Das ist mit der Kamera jetzt gar nicht so einfach. Ja, vielleicht so in der Theorie ein bisschen steht halt drauf. Ja, Miota und dann Unadjusted. Also das ist ein unjustiertes Miota-Werk. Man hat natürlich die Möglichkeit, als Hersteller, der diese Werke einkauft, dass man da nochmal nachreguliert. Ja, ist hier jetzt nicht geschehen. Also man hat hier tatsächlich das Werk, so wie es von Miota kommt, eingebaut. Ich finde es dann immer ganz schön, wenn man zumindest nochmal einen eigenen Rotor nimmt, wo dann irgendwie Caddison oder so draufsteht. Aber am Ende des Tages tut das ja nicht zur Sache. Das Werk ist definitiv nicht schlecht. Wir haben Automatikaufzug, wir haben Antaufzug. Der einzige Nachteil beim Miota-Werk, im Gegensatz zum Seiko NH35A, ist ja immer, dass man hier keinen Sekundenstopp hat. Aber ganz ehrlich, damit kann man auch leben. An und für sich ist das Werk aber auf alle Fälle sehr, sehr zuverlässig. Ja, wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier eine verschraubte Krone und der Gehäuseboden ist auch verschraubt. Kleiner Nachteil bei dieser Variante finde ich, dass der Gehäuseboden silber ist. Man hat ja hier echt drauf geachtet, dass tatsächlich alles komplett schwarz ist. Zum Beispiel auch hier der Mechanismus der Schließe. Ich finde, da hätte man dann noch ein paar Meter weiter gehen können und im Grunde auch noch hier den Gehäuseboden einmal schwarz einfärben können beziehungsweise auch einmal schwarz PVD-coaten können. Das hätte ich auf jeden Fall gut gefunden, aber am Ende des Tages, wenn man die Uhr jetzt auf dem Handgelenk trägt, wird man das natürlich nicht sehen. Ja, entsprechend der verschraubten Krone und dem verschraubten Gehäuseboden haben wir hier eine gute Wasserdichtigkeit. Sogar deutlich mehr als bei anderen Uhren in diesem Bereich. Ja, steht jetzt gerade der Stundenzeiger vor. Aber wir haben hier tatsächlich eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern. Ich habe es natürlich nicht ausgetestet, aber ich würde mal stark behaupten, dass man mit dieser Uhr auf alle Fälle ohne Probleme schwimmen kann. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Pluspunkt. Weiterer Pluspunkt ist das verbaute Glas. Wir haben hier auf dieser Uhr mal wieder Saphir-Glas. Das ist hier unten auch irgendwo vermerkt gewesen, meine ich. Genau, hier Sapphire Crystal, hier steht es nochmal drauf. Also hat man hier auf jeden Fall kein Problem mit Kratzern oder ähnlichem. Ja, das war es eigentlich im Grunde schon mal zur Ausstattung. Vielleicht noch zum Gewicht. Die Uhr wiegt mit den entnommenen Wandgliedern etwa 120 bis 130 Gramm, je nachdem wie viele Wandglieder man rausnimmt. Also keine zu schwere Uhr. Passt auch zu der eher zarten Gehäusedimension, die man hier hat. Ja, die Verarbeitung lässt eigentlich keine Wünsche offen. Ich finde, dass Kettysen ja inzwischen auch echt gute Uhren macht. Früher hat man bei dem einen oder anderen Modell Probleme gehabt, dass die ein oder andere Kante etwas spitzer oder etwas schärfer ist. Das ist jetzt hier gar kein Thema. Das Gehäuse ist gut gemacht. Natürlich jetzt hier bei der schwarzen Version schwieriger zu erkennen. Aber hier oben die Hörner sind geschliffen. Der Rest ist hier poliert. Die Lunette ist auch poliert. Hier in schwarz natürlich absoluter Fingerabdruckmagnet, ganz klar. Aber das ist alles gut gemacht. Klar, bei einer San Martin ist das nochmal auf einem besseren Level, aber hier echt nicht schlecht. Ich würde sagen, es ist ein Level mit Pagani-Design. Da sehe ich jetzt hier von der Qualität keine Unterschiede und für 80, 90 Euro ist das bei dieser Ausstattung echt schwer in Ordnung. Das Band ist auch nicht schlecht. Hat hier dasselbe Design. Die äußeren Teilglieder sind geschliffen und die Mitte ist poliert. Das Band an sich hat so ein bisschen Spiel. Ich hoffe, ihr könnt es hören, aber ich kann damit noch leben. Also es fühlt sich trotzdem nicht billig oder leicht an. Also das Band ist ja auch komplett massiv. Massiver Bandanstoß, massive Bandglieder, die leider nicht verschraubt, sondern mit Pins versehen sind. Aber das macht schon einen massiven Eindruck. Insgesamt schließt, habe ich ja eben auch schon erwähnt, die ist auch sehr solide. Das macht eigentlich keinen schlechten Eindruck. Ja, also Verarbeitung passt auf alle Fälle. Und jetzt kommen wir mal zum Highlight dieser Farbvariante. Und das ist ganz eindeutig dieses Ziffernblatt, denn das sieht echt klasse aus. Jetzt ist jetzt hier wieder die Frage, inwiefern das im künstlichen Licht rüberkommt. Aber wir gehen natürlich wie üblich gleich auch nochmal nach draußen. Ja, diese Carbon-Optik sieht tatsächlich nicht schlecht aus, was farblich sehr, sehr gut dazu passend ist, sind die Ziffern, also die 12 und die 6. So wie die Zeiger sind in so einem, ja, ich glaube man nennt es Gunmetal-Grau gehalten. Also kein, ja, kein reiner Chromton, sondern wie, ja, so ein schwarzer Chromton, würde ich fast sagen. Wie gesagt, so eine Gunmetal-Farbe. Das passt natürlich super zu dieser sportlichen Optik. Und was auch gut dazu passt, sind diese roten Akzente. Wir haben hier einmal unten den entsprechenden Automatik-Schriftzug in rot gehalten und außen die kleinen Minuten-Indizes, die sind auch in rot gehalten. Das passt sehr gut. Die Rehaut ist auch schwarz und entsprechend beschriftet. Die Zeiger haben eine gute Länge. Das passt auch. Und ansonsten ist jetzt hier auf dem Ziffernblatt auch nicht mehr sehr viel los. Typischer Kritikpunkt, ihr kennt das von mir. Ich finde, gerade bei der schwarzen Farbvariante hätte man normalerweise die Datumsscheibe auch in schwarz wählen müssen. Allerdings hätte man dann nicht mehr einfach das aufgekaufte Werk einbauen können. Dann hätte man da nochmal eine Abänderung machen können. Ich weiß nicht, wie teuer sowas ist oder wie aufwendig das ist. Ich denke mal, deswegen hat man darauf verzichtet. Wobei das natürlich bei der schwarzen Version echt schick gewesen wäre. Naja, dann wollen wir die Uhr direkt mal aufsetzen. Wie gesagt, 39 mm Durchmesser, 47 mm Hornabstand. Das trägt sich sehr, sehr gut auch an kleineren Handgelenken. Also an meinem 16,5 cm Handgelenk sieht das echt sehr ordentlich aus. Hier sieht man übrigens nochmal schön diese Carbon-Optik des Ziffernblattes. Aber wie gesagt, ich packe euch den Link unten mal in die Beschreibung. Schaut euch gerne mal die anderen Farbvarianten an. Ich finde gerade diese anthrazitfarbene Version, die ansonsten in Edelstahl gehalten ist, dann eventuell auch mit dem Lederband. Das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich finde übrigens die Cadizon-Krone auch ganz schick. Wir haben hier nochmal, ja, außen wie so eine kleine Platte, die da dran hängt. So sieht das aus. Darauf dann nochmal das Cadizon-Logo. Also auch eine schön designte Krone. Ja, so sieht das Ganze aus. Nehme ich euch nochmal einmal mit nach draußen, bevor wir uns dann die verbaute Leuchtmasse einmal anschauen. Ja, so sehen wir uns dann. So, wie versprochen, nun noch eine kurze Impression der verbauten Leuchtmasse. Wir sehen die Uhr hier im Hintergrund schon etwas glimmen. Ich lade sie direkt einmal mit meiner UV-Lampe auf. Und dann können wir hier im Grunde schon sehen, was Sache ist. Können auch nochmal gerne etwas näher rangehen. Wir haben hier auf den Indizes und auf dem Minuten- sowie dem Stundenzeiger Leuchtmasse verbaut. Allerdings ist es diese Standardgrüne China-Leuchtmasse. Und die ist, so wie wir es kennen, nicht allzu stark. Also es ist wirklich kein Leuchtmassenwunder. Es geht in Ordnung. Es ist ja auch keine Taucheruhr. Aber ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. So viel dazu. Dann sehen wir uns jetzt gleich beim Fazit wieder. Ja, das soll es dann auch schon wieder zur Vorstellung der Cadizon C8197 gewesen sein. Ich bin mal gespannt, was ihr so zu der Uhr sagt. Also ein riesengroßer Vorteil oder beziehungsweise das Highlight dieser Uhr sind definitiv die Gehäuseabmessungen. Ich finde, sie trägt sich sehr, sehr angenehm. Nicht zu groß, nicht zu klein. Wie gesagt, meiner Meinung nach von der Größe her ein Sweet Spot. Ja, das Design ist absolut Geschmackssache. Ich bin mir sicher, dass es einige Leute gibt, denen diese Optik zu sportlich ist. Wobei ich das echt nicht schlecht finde. Ich könnte mir die Uhr hier insbesondere auch gut am Kautschukband vorstellen. Und wie gesagt, die anderen Farbvarianten sind dann eher etwas eleganter. Also eine durchaus brauchbare Daily Driver Alltagsuhr für jeden Tag. Lässt sich eigentlich zu jedem Anlass gut tragen. Einfach ja, super Abmessung, tolle Verarbeitung, gutes Preis-Leistungsverhältnis. An sich bin ich gar nicht so ein Freund davon, von diesem Conquest-Style mit diesen Ziffern hier drauf. Aber dadurch, dass das hier in diesem Gunmetal Grey gehalten ist, sieht das dezent aus und fügt sich echt gut ins Gesamtbild ein. Das ist übrigens auch bei den anderen Farbvarianten meiner Information nach in diesem Gunmetal Grey, was ich auf jeden Fall gut finde. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Uhrenfieber. Ciao! 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 Ciao!